Meine drei mächtigsten Werkzeuge für Situationen, wenn du emotional getriggert bist. Wahrscheinlich kennst du auch diese Situationen, wo du von deinen Gefühlen überwältigt wirst und dann nicht weißt, was du tun sollst. Oder die Gefühle die Kontrolle übernehmen und du dann was machst oder sagst, was dir hinterher leid tut. Oder dass du in andere Verhaltensmuster reinrutscht, wie zum Beispiel einfrieren, du weißt gar nichts mehr, was du sagen sollst. Du sagst ja, obwohl du nein sagen willst. Also Situationen, wo du getrieben bist von deinen Gefühlen und die Gefühle dich dann wie auf Autopilot Sachen machen lassen, Sachen sagen lassen, wo du hinterher mit dem Ergebnis nicht so wirklich zufrieden bist. Also was kannst du in solchen Situationen machen, um dich da schnell wieder rauszubekommen? Das verrate ich dir hier in diesem Video und ich habe dir meine drei mächtigsten Werkzeuge mitgebracht aus über 20 Jahren Erfahrung mit innerer Kindarbeit und Transformationsarbeit. Ready? Okay, lass uns starten. Punkt Nummer 1. Es hört sich total leicht an und vielleicht denkt sich der eine oder andere, was ist das jetzt für ein banaler Tipp. Aber es ist der wichtigste Schritt, den du tun kannst. Wenn du getriggert bist, das Erste, was du machen solltest, ist bewusst atmen. In den Bauch atmen, den Atem spüren. Das kannst du machen, indem du dich darauf fokussierst, wie die Luft zum Beispiel an deiner Naseninnenwand entlang strömt. Und es wird dich sofort entspannen, weil wenn du getriggert bist, ist dein gesamtes System, dein gesamtes Nervensystem auf Alarm gepolt. Und dein Atem wird jetzt sein, dass er ziemlich flach ist. Und das Wichtigste, das Erste, was du tun solltest, ist erstmal dein System beruhigen, dein Nervensystem beruhigen. Bei dir mal ankommen erstmal. Und das kannst du am einfachsten tun, indem du bewusst, vielleicht sogar möglichst vollständig tief atmest, dein Fokus aufs Ausatmen legst. Ein paar tiefe Atemzüge wirken Wunder. Punkt Nummer zwei, Werkzeug Nummer zwei. Frag dich, ist jetzt mein Überleben bedroht und stelle diese Frage an deine Sinnesorgane, sprich an deine Augen und deine Ohren. Bin ich in einer Situation, die jetzt echt gefährlich ist oder nicht? Und beantworte dir diese Frage, auch wenn sie dir unter Umständen oder in der Situation wahrscheinlich sogar sehr wahrscheinlich als vollkommen bescheuert vorkommt. Gut, aber beantworte diese Frage und konzentriere dich dabei auf deine Sinnesorgane. Ist mein Überleben gefährdet oder bin ich jetzt wirklich in einer ernsten Gefahr? Und es kann sein, es gibt Situationen, da bist du in einer ernsten Gefahr. Und wenn du das feststellst, dann solltest du natürlich auch alles unternehmen, um dich aus dieser Gefahr herauszubringen oder und dir die entsprechende Unterstützung holen. In den meisten Fällen ist das aber nicht so. In den meisten Fällen wirst du feststellen können, wenn du deine Augen fragst, wenn du deine Ohren fragst, ist jetzt gerade wirklich Gefahr? Guck dich um. Im jetzigen, gegenwärtigen Moment ist jetzt hier gerade jetzt Gefahr. Und du wirst feststellen, nee, ist überhaupt nichts los. Und das wird dein System weiter entspannen. In Triggersituationen ist es nämlich oft so, dass unser inneres Kind die Situation so interpretiert, als ob jetzt Gefahr wäre. Weil in der Vergangenheit, als du ein Kind warst oder als der Betreffende eben ein Kind war, tatsächlich etwas passiert ist, was wirklich gefährlich war. Das wurde abgespalten, abgetrennt, weggedrückt, verdrängt, kommt jetzt nach oben und deswegen sieht es jetzt so aus, als wäre jetzt wieder Gefahr für das innere Kind. Und deswegen ist die Reaktion meistens eben auch so stark, weil würden wir uns das hier so vorstellen, dass jetzt wirklich eine Gefahr wäre, wäre es ja auch gut, wenn man sehr stark reagiert. Dann braucht es auch eine starke Emotion, um mit dieser Situation dann umgehen zu können. Aber meistens stellt man eben fest, nee. Und das kommt meistens eben auch sehr körperlich auch gleich spürbar dann rüber. Du spürst es direkt beim Atem im Körper, dass sich was entspannt. Du spürst es, wenn du dir diese Frage stellst, ist jetzt mein Überleben in Gefahr? Du das beantwortest, das heißt dein Unterbewusstsein kriegt jetzt mit. Ah, okay, gut. Ist vielleicht doof, die Situation. Aber wir sind nicht in einer Situation, die jetzt wirklich ernsthaft bedrohlich ist. Kommt sofort eine Entspannung rein. Und das dritte Werkzeug. Frage dich, was schenkt mir jetzt das Leben? Was ist jetzt gerade da, was meine Bedürfnisse erfüllt? Und die Frage kommt deswegen daher, weil nämlich in Triggermomenten passiert, das eine, okay, das Nervensystem ist komplett außer Rand und Wand. Das beruhigen wir mit dem Atem. Das Unterbewusstsein dreht durch, weil es glaubt, das innere Kind glaubt, das Überleben wäre jetzt gefährdet oder das wäre irgendwie eine bedrohliche Situation. Okay, das fahren wir runter. Und der dritte Aspekt, der eben in solchen Situationen meistens einhergeht, dass unser Sichtfeld komplett verengt wird. Das heißt, wir sehen in Triggersituationen nur einen total kleinen Ausschnitt der Realität. Und eben den Ausschnitt, der jetzt gerade irgendwie problematisch ist, wo der Trigger stattfindet. Und alles andere ist komplett ausgeblendet. Da rauszukommen ist eben auch ein wesentlicher Schritt, um wieder aus dem Film rauszukommen. Das heißt, dein gesamtes Feld, deine Wahrnehmungsbühne wieder zu erweitern. Und die Wahrheit ist eben auch, ja, okay, ist da was passiert, ist ein Trigger passiert und vielleicht ist es auch gerade irgendwie in deinem Leben eine unschöne Situation und macht wirklich Stress. Und es geht nicht darum, das jetzt zu verleugnen und abzustreiten, sondern es geht darum, den Blickwinkel zu erweitern und zu sehen, ah, okay, oh, mein Leben ist aber auch noch sehr viel mehr. Es läuft ja auch sehr viel gut. Da ist ja auch ganz viel Positives gerade. Und das fängt ja auch einfach schon mal damit an, meine Grundbedürfnisse sind erfüllt, ist ja nicht selbstverständlich. Ich habe genug zu essen, ich habe genug zu trinken, ich habe ein Dach über dem Kopf. Hm, ist doch schon mal geil. Kann ich mich schon mal freuen. Okay, da ist schon mal das, ich meine, das Fundament ist schon mal abgedeckt. Ich habe Freunde, ich habe gute Kontakte, ich habe einen Job und so weiter und so fort. Also, das Leben schenkt uns dauernd. Und wenn wir getriggert sind, fokussieren wir uns nur noch auf dieses kleine Problem. In anderen Momenten, wo du ja richtig gut drauf bist, also in Momenten, wo du überhaupt nicht getriggert bist und du gerade richtig was Tolles erlebst, dann kannst du es ja auch alles oft sehen oder vieles davon sehen. Und im dritten Schritt eben, erweitere dein verengtes Feld, Sichtfeld auf die Realität, lass das ein bisschen weiter werden, guck dir mal ein paar andere Lebensbereiche an und stell dir die damit einhergehende Frage, was schenkt mir das Leben gerade, wofür kann ich gerade dankbar sein? Also mit diesen drei Schritten kommst du relativ zuverlässig aus einem Film mal schnell raus. Na, das war eben atmen, du stabilisierst dich. Zweiter Schritt, überleben gefährdet. Und dritter Schritt ist, du guckst, wo schenkt dir das Leben gerade was. Und damit kommst du relativ schnell aus dem Film raus. Problem dabei ist, du transformierst diesen Film da nicht wirklich, weil du den Teil mit den Gefühlen ausgelassen hast. Wenn du den kennenlernen willst, der bringt dir eben den großen Vorteil, dass du es dann nicht immer wieder dich da selber rausziehen musst, sondern dass du durch das bewusste Fühlen der Gefühle dieses Thema dann eben ein für alle Mal auflöst. Und wenn du wissen willst, wie das geht, klick hier irgendwo auf den Link, da gibt es weitere Informationen dazu. so. Untertitelung. BR 2018